Was geht Bitches und was auch immer zuguckt? Willkommen zu einem weiteren Band von GeoMate2Dash, Bitches, Bitches und was auch immer zuguckt. ElectroDynamics Mates, let's go, yeah. Sieht ja gar nicht schwer aus hier, zack, ja. Jawohl. Genauso, Freunde. Und nicht anders. Warum nicht? Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist gerade mal das Leichteste an diesem Level. Ja, also der Anfang soll gar nicht schwer sein. Ich kriege nur den Anfang hin. Bis zu neun Prozent eigentlich höchstens. Was? Freunde, darauf komme ich schon wieder nicht klar. Sorry, Boys, aber... Ja gut, schade. Ich komme darauf nicht klar. Sorry, Boys, aber... Das wird nix im normalen World. Also ich denke nicht, dass das irgendwie in Nahes der Zukunft irgendwas wird. Guck mal, ich habe hier keine Ahnung, was hier... Wo ich jetzt springen darf. Wo soll man das denn bitte wissen? Oh, hier muss ich springen. Okay, hopp. Oh mein Gott. okay hier fliege ich jetzt wieder was das ist hier also keine ahnung ich weiß nicht was ich dazu sagen soll das war super hier bis jetzt ich check so viel ja die checker absolut alles ja absolut boys oh mein gott was ist das denn hier oh mein gott oh mein gott keine ahnung es ist was ist das hier für wieder level man es wird mich wieder mal übertrieben ich habe keine ahnung was willst du von mir spiel oh mein gott ich habe keine ahnung schade dass wir diese andere musik nicht hören aber sorry ich bin nicht gut im spiel damit müsst ihr klarkommen oh mein gott was ist das denn also ihr könnt mir doch nicht erzählen dass das so viele leute hier schaffen ich habe mal die die statistiken geschaut von dem spiel also die achievement statistiken entweder bescheißen die leute und ergeten sich die achievements oder ich bin wirklich einfach komplett gammelig in dem spiel und das ist alles normale schwierigkeit glaube ich aber irgendwie nicht außer 40 prozent der leute sind einfach süchtig nach diesem spiel und ist es ist halt einfach es gibt viele leute die einfach da hier an dem spiel dranbleiben und das halt jahrelang spielen oder keine ahnung jetzt ist das auch süchtig machen sich habe keine ahnung okay ich habe glaube ich hier falsch gesaved aber ich bin jetzt irgendwo hingegangen ich bin irgendwie weitergekommen und ich habe nicht mal ahnung warum oh mein gott was ist das denn hier mate oh mein gott was ist das denn hier keine ahnung was ich hier gemacht habe was habe ich jetzt was war ich denn hier falsch nein nein fuck oh mein gott ja was mache ich denn jetzt hier falsch oh mein gott ich war fast nah dran oh mein gott ich war so nah dran was mache ich denn jetzt hier falsch ich verstehe es nicht was mache ich denn jetzt hier falsch eh mate ich will ich will wissen was ich falsch mache oh mein gott oh mein gott ich bin wenigstens weitergekommen immerhin mates ja 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 ich verstehe so viel ja 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 super viel verstanden ich habe ich aber muss hier so oft spam dass man einfach schon gewohnt ist ich bin dahin ich bin dahin sorry boys ich kann das nicht oh mein gott oh ist das schwierig boah ist das schwierig das level Da komme ich nicht mehr weiter. Nääää. 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 Oh mein Gott. Mate. Oh mein Gott, ist das zum Kotzen. Oh mein Gott, ist dieses Level zum Kotzen. Na. Määäää. 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 Määää. Määäää. Määäää. Oh mein Gott. Mann, ich hasse dieses Level. Alter. Was willst du da bitte machen? Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Hui. Lass mich in Ruhe damit. Viel zu schwierig das Level. Wann man schon vor schwierig redet, na? Hexagon Force. Auch wieder so ein Stufe 12 Level. Na. Ja. Wann man. Ja, ich konzentriere mich mal wirklich jetzt haushoch auf das Spiel gerade. Ich weiß nicht. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren darauf, euch zu unterhalten. Oh mein Gott. Ich hüpfe da immer wieder aus. Einfach aus gewohnheitstechnischen Gründen. Jetzt muss man da auch noch wieder springen. Oh mein Gott, Mates. So. 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 Nee, Freunde, das wird nix. Kann ich lassen. Ja, ab da geht's bergab für mich. Ohne Scheiß, ab da geht's bergab für mich, wenn es sich überwechselt, Alter. Das ist doch nicht normal, Mann. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, okay, jetzt bin ich oben. Alles klar. Was ist das jetzt? Oh Gott, nein. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier, Mann? Ernsthaft? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah, war das verwirrend, Boys. Also, ihr wisst nicht, wie verwirrend das war. Oh mein Gott. Nein, wieso hüpf' ich da? Oh boy. Ich muss mal einfach nur spammen, mehr nicht. Oh mein Gott. Jawohl. Oh Gott, was ist das jetzt schon wieder? Was, ihr solltet nicht passen. Oh, was willst du spielen, Mate? Ohne Kack. Oh mein Gott. Okay, das ist scheiße. Gesaved. Was ist dieses Level schon wieder? Was ist dieses Level schon wieder, Alter? Wie willst du das bitte im Normalmodus schaffen? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das irgendjemand im Normalmodus schafft. Ist mir scheißegal, wie die Achievement-Prozentanzahl lautet. Für mich ist das absolut unmachbar. What the fuck? Das ist ja absolut asozial schwer, Mate. Oh mein Gott, Mate. Keine Ahnung. Was ist das hier? Oh mein Gott. Ich verstehe die Störung von diesen Dingern nicht. Ich meine, ist das nicht so schnell hier gerade. Alter, meine Fresse. Was ist das hier? Hexagonist. Hui. Viel zu asozial. Genauso asozial wie alles mögliche hier. Na gut, also das werden wir jetzt leider nie zu Gesicht bekommen. Außer ich schaffe irgendwie 20 Gold zu kriegen, was ich nicht glaube. Blast Processing. Let's go. Vielleicht ist das ja ein mögliches Level. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, Boys. Dum, dum. Dum, dum. Oh Gott, es geht los. Alter, mit Kopfüber, Mates. Ich hasse Kopfüber. Oh mein Gott, ich hasse es Kopfüber. Ich hasse es alles Kopf und drüber. Fuck is. Du bist. Oh, du bist eine Maus. Sorry, ich dachte, das wäre eine blaue. Ja, jetzt kommt auf einmal das blaue, ne? Ich habe davor, ich dachte, das pinke hat denselben Effekt wie das blaue, aber das hat es nicht. Das hat eigentlich eher denselben Effekt wie das, oh, wie das gelbe, Mann. Hey, was mache ich da? Na gut, reiß ich zusammen jetzt, Mate. Oh, nicht das hier. Nicht das für eine Scheiße. Doch nicht diese Scheiße. Ich bin so 100% sicher, dass das hier noch asozial wird mit dieser Scheiße. Oh, dieses Dreieckding, Alter. Ich hasse es so sehr zum Lenken, Alter. Das ist der größte Rotz der Erdgeschichte. Oh, ist das deren Ernst, Alter? Junge, wie lange geht der Scheiß? Oh mein Gott. Oh. Nein, nicht der Scheiß. Aber sogar bis jetzt machbar, finde ich, irgendwie. Bis jetzt ist das Level komplett machbar. Boy! Hitler! Meids! Meids! Oh, nicht das Level, Meids. Doch nicht diese Fähigkeit. Oh mein Gott, Meids. Was? Ich hab irgendwelche Schlüssel bekommen. Was bringen diese Schlüssel? Was? Was bringen denn diese Schlüssel? Aber ich denke, ich kann das Level schaffen bis jetzt. Also, ich wüsste nicht, warum ich das Level nicht schaffen sollte. Boy! Also, das Level ist bis jetzt voll machbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann gegen Ende dann richtig assozial wird. Meids! Scheiße! Oh, ich f*** die Scheiße. Oh, ich hasse dieses Ding. Ich hasse dieses Ding. Es geht viel zu lang! Mann! Wie immer will man sich so lang konzentrieren, Alter. Oh, Alter, ist das einfach knapp hier dazwischen hier. Oh, Alter. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache! Okay, wir waren bei den 40% und es ist voll machbar. Immer noch. 'll zum nächsten mal. Das wäre nicht so lang. Oder zu erst mal attendant, oder zu besterigen Sie? In invers Dochenschaften, was ich hier machte das P podría. Ich denke, ich bin hier drinnen. Oh, Alter. Oh, ich bin hier bitte großartig. Oh, Alter. Wir sind hier wirklich so lang. Oh, Alter. Ich muss geheißen. btende, aber nicht mehr сам « zeit Lang- phenomenal AG-50-2010-252-2010-2515-2010 acompañein. Okay, wir sind informative. Okay, clair. Was? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Oh, das Flugzeug ist so viel einfacher. Ah, dann hätte ich nach oben gehen sollen, ja. Okay, Boy. Du wirst mal Bescheid. Ich bin einfach viel zu selten, ne? Das weiß ich halt nicht. Ich musste öfters mal hinkommen. Aber eigentlich ist das gar nicht mal so schwer, da hinzukommen. Aber man ist einfach schon so sehr abgelenkt mit diesem Teil hier. Mit dem Flugzeugteil. Fuck. Ja, man ist mit beidem so abgelenkt, dass man sich gar nicht mehr daran konzentriert, auf das andere. Ah, hier habe ich mich jetzt schon wieder nicht darauf konzentriert, weil ich mich schon wieder auf was anderes konzentrieren, mate. Mate. Echt. Echt? Echt. Echt? Echt? So, wir sind jetzt hier. Mann, das geht viel zu schnell alles. So, wir sind jetzt hier. Okay, da hört's auf. Jetzt weiß ich, woran das liegt. Okay. Ab den 50% hört's schon wieder auf. Ne. Ne, ne, Boys, das wird nix. Das wird ein Doppeldinger, das wird absolut nix, Freunde. Ne. Da auf die Dinger komme ich gar nicht klar. Sorry, Boys, aber ist einfach so. Ich hab mein Bestes gegeben, ich bin bis 50% gekommen, aber der Rest ist absolut unmöglich für mich. Wirklich, der ist absolut unmöglich für mich. Absolut. Äh, sorry. Ich werd' mich da an diese Dinger wahrscheinlich niemals gewöhnen. Die sind einfach... Die kommen viel zu plötzlich und haben ne gammelige Störung überhaupt. Und ich weiß gar nicht mal, wie ich diesen Teil überhaupt geschafft hab. Das ist ja alles noch machbar hier, ne? Na gut, so lange hab ich jetzt grad nicht mal gebraucht dafür. Aber das geht alles viel zu schnell. Es ist alles viel zu schnell, mate. Ich war... Man versteht das alles nicht. Oh Gott, mate. Immerhin ist das UFO nicht so nervtötend. Sagen wir's mal so. Nääääh. Oh, nein. Ich bin froh, dass ich wieder das Flugzeug bin. Äh, es passiert viel zu... Es ist viel zu schnell alles. Was? Alter, auf was achtet ihr denn bitte noch? Bei dem Level, ey. Ja, ich weiß, auf die Kreuze muss man achten, aber... Boi, Alter, darauf achte ich doch gar nicht. Ich kann nicht mal... Ich kann mich nicht mal allein auf den Würfel konzentrieren. Wie soll... Wie schnell soll ich denn noch sein, mate? Okay, wir haben noch... Die ganze zwei Level... Weil... Ich weiß nicht... Ich will eigentlich schon die gerne die anderen zwei... Level zeigen, aber... Ich weiß nicht, wo ich bitte die 30 Münzen herkriegen soll. Ne, also Stereo Madness, klar, habe ich ja alles. Polargeist könnte ich evtl. Polargeist könnte ich eventuell als dritte noch kriegen. Dry Out, denke ich. Base after Base könnte gut hinkommen. Can't let go haben wir ja nicht mehr geschafft. Also wir haben ja höchstens 15. Wir kommen niemals auf 20 Stück. Außer wenn ich das und das hier halt noch schaffe. Aber das ist absolut unmöglich. Das könnt ihr einfach vergessen, dass ich die beiden Level schaffe. Oder irgendeins von denen hier. Also... Also... Ne. Ich weiß nicht, vielleicht offscreen, aber ich kann nichts garantieren. Nichtsdestotrotz sehen wir uns im nächsten Part bei Geometrical Dominator. Das könnte auch der letzte Part schon sein. Je nachdem, wie ich mich entscheide, weil es gibt halt nur noch zwei Level. Äh, und ich weiß nicht, ob ich die zwei Level hier noch irgendwie zeigen kann. Ich habe keine Ahnung. Naja. Wer weiß schon. Ja, also eventuell wird das der letzte Part sein. Ich werde ihn auch als letzten Part machen. Falls ich überlege, äh, dann doch diese Dinger freizuschalten, dann wird es irgendwann im Laufe des... im Laufe einfach der Wochen passieren. Dann werden es einfach zusätzliche Parts kommen. Ja, wenn ich einfach hier... Keine Ahnung. Ich werde hier, denke ich, in E-Level-Online-Modus noch hier spielen. Also ein paar Level davon. Vielleicht werde ich ja irgendwann besser und schaffe die normalen Level hier. Wer weiß schon, wie die Zukunft sich entwickelt. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war es jetzt erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part bei... Ja, Geometrical Dominator wieder. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.